BASCH! Ja Leute, was geht denn? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, diese wunderschönen Tage mit dabei ist heute wieder mein guter Freund, es ist K-Show! Hallo, ich bin ein guter Freund und ich trinke jetzt einen Schluck Wasser, wenn es okay ist, weil immer Wasser trinken Leute, es ist gesund. Tobi, Alter, ich freue mich richtig, dass... Mein Gas ist übergegangen. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was der... Mama. Leute, ihr habt vielleicht am Wochenende unseren Ballstream gesehen, nochmal fettes, fettes Dankeschön an die annähernd 3000 Zuschauer, die wir hatten. War auf jeden Fall lit, es gibt natürlich morgen Abend um 18 Uhr wieder einen leichten Livestream, meine Freunde, auf dem wir gemeinsam wieder auf übelstem Zerstörerniveau natürlich durchrasieren werden, ähnlich wie bei Ball. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Clip, der bei Ball geschehen ist. Der ist unten in diesem Loch drin, Tobi. Hä? Der ist im Boden drin. Hä? Was? Der ist im Boden... Der ist im Boden drin. Der ist ein Hacker. Da, äh, ah! Was? Guck, der ist im Boden drin. Ich kann ihn nicht töten. Schau mal, der ist da unten drin. Da ist der drin, siehst du den? Guck dir das hier an. LOL! What the... Und du kannst... Oh mein Gott, du kannst Gegner von da aus auch noch töten? Was zum Teufel, Digga? Ist ja mal richtig räulig, Alter. Ja, ihr habt's gesehen, wir waren super perplex, als auf einmal dieser Typ aus dem Boden kam. Wir wussten einfach nicht, was abgeht. So, ich meine so, okay. Wir wissen, dass Fortnite Early Access ist, aber das war... Also, es kam halt schon ziemlich überraschend, tatsächlich. Ich hab eben etwas auf Reddit gesehen, meine Freunde. Brandheiße News. Und ich möchte jetzt vorab sagen, ich will einfach nur hoffen, dass das Ganze jetzt schon gefixst ist, damit ich dieses Video einfach nur als 20-Kill-Fragmontage hochladen kann und nicht diesen ganzen Kram jetzt da zeigen kann. Sollte es doch funktionieren, ist das überhaupt kein Stress, denn ich werde das Video direkt an einen Menschen von Epic Games weitergeleitet haben, sodass das quasi direkt rausgepatcht wird, meine Freunde. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal gemeinsam, ob das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Den Clip werde ich euch jetzt nicht einblenden, den seht ihr nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Es gibt nämlich eine Stelle bei Dusty-Divot, meine Freunde. Da kann man einfach wallhacken, beziehungsweise man kann durch eine Wand durchlaufen. Was ziemlich, ziemlich interessant ist. Tobi, komm mal ganz kurz zu mir. Genau, das ist nämlich direkt hier, Leute. Ja. Und ich würde sagen, wir öffnen mal direkt hier die Kiste. Ich hab eine Waffe, Tobi. Du hast gar keine? Ich hab gar keine, nee. Dann such dir am besten noch eine draußen, wenn du kannst. Nein, blockiere mich doch nicht. Ah, ah. Okay, pass auf. Lass uns hier erstmal aufräumen, Tobi, gemeinsam, okay? Lass uns hier erstmal aufräumen und dann versuchen wir das, okay? Okay, warte. Einer knockt außerhalb. Sein Mate kommt, sein Mate kommt. Vorsichtig. Ich bin ziemlich lau, ich bin ziemlich lau, Bruder. Fragst du ihn down? Sehr schön. Hab ihn, hab ihn. Waren das alle? Ja. Einen hab ich noch da auch gesehen. Ich auch, ich auch. Hier steppt sogar noch jemand. Warte, 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 Tobi. Der ist hier drin, der ist hier drin, der ist hier. Warte, warte, warte. Okay, der Arme, der rechnet dich damit. Der rechnet überhaupt nicht damit, Digga. Hab ihn? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Tobi. Okay. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal gemeinsam dieses Ding auszuführen. Ich hoffe wirklich inständig, Leute. Ich meine das ernst, dass das jetzt nicht funktioniert, denn ich habe ein bisschen Angst, gebannt zu werden. Wie gesagt, Epic Games, bitte nehmt mir das nicht übel. Und zwar, Leute, hier hat schon jemand... Oh, hier ist eine Falle drin. Hä? Ich hab doch selber hier... Du bist im falschen Gebäude. Oh, ich... Also, ich dachte, ich hätte hier eine Falle. Nee, wir reden einfach, wir machen weiter. Es ist nicht passiert. Hast du vielleicht Verbände für mich? Aber weißt du was, Tobi? Ich versuche jetzt einfach mal, dass hier auch funktioniert. Denn ich habe, wie gesagt, den in der Beschreibung verlinkten Clip gesehen, meine Freunde. Und zwar, wenn man hier eine Wand hinsetzt, bei dieser Gebäudestruktur, kann man angeblich einfach... LOL! 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 Das geht! No way! Nein! No way! Man kann durch die Wand laufen. Das ist kein Fenster, oder was? Man läuft durchs Fenster durch. Das ist gar kein Bug. Das ist gar kein Bug. Das ist so gewollt wahrscheinlich. Man kann durch das Fenster durchsneaken. Oh mein Gott, Leute. Okay. Das ist ja auch genau. Okay, dann müsste es doch hier eigentlich auch funktionieren. Überall, wo dieses kleine Fenster jetzt quasi ist. Man ist genau auf der richtigen Höhe. Hier oben? Hier oben klappt es nicht. Hier oben klappt es nicht. Und hier unten klappt es auch nicht. Leute, das ist gewollt. Das ist gar kein Bug. Man kann durch das Fenster durch. Oh mein Gott, Leute. Stellt euch mal vor. Pass auf. Angenommen. Folgende Situation. Ihr habt einen Gegner draußen. Und der ist quasi hier vorne um die Ecke. Steht quasi hier um die Ecke. Er wartet quasi die ganze Zeit, dass er zu euch reinkommen kann. Und ihr macht einfach folgenden Move und droppt hinter ihm. Und geht. Bam! Fickt ihn, Leute. Wie geil ist das denn, bitte? Komme ich von draußen hier auch rein? Ja, das geht's! Oh mein Gott, Alter. Okay, Leute. Krank auf jeden Fall. Das ist was komplett anderes als dieser komische Glitch, den wir da hatten bei Shifty Chefs in dem Haus. Das hier ist was komplett anderes, Leute. Aber auf jeden Fall mad spannend. Richtig, richtig nice. Und mir fällt einfach erst jetzt auf, Leute, dass das so gewollt ist. Ich meine, klar, durch ein Fenster soll man natürlich durchsneaken können. Und guckt euch das mal an. Was für unglaublich witzige Plays sich damit spielen lassen. Und ich hoffe einfach mal, liebes Epic Games Team, dass ihr das Ganze als Bug nicht anerkennt, sondern tatsächlich drin lasst. Weil, wie gesagt, es ist ja eigentlich kein Bug. Denn durch ein Fenster kann man ja im Regelfall durch, ne? Auch wenn da so eine Zwischenstrebe drin ist, macht das für mich irgendwie Sinn, dass das so funktioniert. Und ich würde sagen, Tobi, wir holen jetzt ganz kurz hier einen Win für diese Runde, Alter. Mal den Sack hier zu direkt, Alter. Leute, ihr wisst das. Ohne Win geht's hier nichts hin. Echt jetzt? Lol. Okay. Kommst du dir? Ah, da oben. Ich seh ihn, ja. Ah, ja, da auf dem Berg. Ich hab eigentlich nur drei Schuss in der Schrotflinte, ne? Wir hatten den Puls hier rüber. Vielleicht hast du den Rücken. Nee. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Digga. Tobi, was machst du, Digga? Ah, haha. Was für ein Play, Digga. Sie haben nicht damit gerechnet, Alter. Stark gespielt, Digga, stark gespielt. Die Impulsnates würde ich mir nehmen, wenn ich da haben dürfte. Hab ihn genockt? Was, Digga? Was ist heute mit dir los? Sein Maid ist auch da, vorsichtig. Komm, da pushen wir hin, da pushen. Als ob. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Und ich krieg Falschhanden durch die Impulsnate, ich vollidiot. Hab einen, hab ich ihn down? Nein, Tobi, du läufst noch bei mir, du läufst noch bei mir. Ach nein, du bist, oh nein, du bist wirklich komplett raus, oder? Ja. Wir spielen danach einfach noch eine Runde, okay, Tobi, weil... Ja, 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 ja. Ich möchte einfach mit dir gemeinsam den Sieg holen. Boah, Leute, okay. Ich versuche, ich versuche jetzt wirklich mein Bestes, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es jetzt nicht hinhauen wird. Oh Gott, Alter, ich krieg natürlich direkt von gegenüber die Schelle, die Schelle seinen Vater, Alter. Bistot, oder was? Nee, 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 das nicht, aber ich gehe literally aus der Tür raus, Digga. Und dieser Typ... Alter, was hat der für eine Waffe? Er hat eine Scar, er hat eine Scar, er hat eine Scar. Er hat eine Sniper, ich bin down. Oh, wow. Ja, voll nett. Aber den Fehler, den hatten so viele schon. Okay, Leute, Runde 2, Dusty, wo wir holen, kostet den Win. Wir waren gerade kurz davor, leider wurde ich da ein bisschen überrascht, als ich rausgegangen bin. Hab direkt eine 90er Schelle kassiert und war mal wieder nicht in der Lage, meine Buildingskills so weit fortzusetzen, dass ich in der Lage bin, das Ganze mich da... Ihr wisst Bescheid. Okay, Tobi, lass mal versuchen, damit einen Kill zu machen, Digga, okay? Oh. Lass mal versuchen, damit einen auszutricksen, Digga, der so draußen vom... Der draußen vom Container sitzt so... Und dann snick ich mit das Fenster, Alter, und gebe ihm BAM ins Gesicht, Digga. BAM, Junge, BAM. Ähm, hallo? Entschuldigung. Willst du zu mir vorpusten? Wir könnten so draußen rein. Okay, lass machen, lass machen. Ich sammle kurz, ich sammle kurz Mats. Warte, ich schieße mal ein bisschen. Okay, der ist anscheinend nicht gewillt dazu. War nur Shotgun, warte. Hast du ihn down? Ja, der ist tot, ja. Wir sind rausgelaufen. Ja, gut, schade. Es geht ja hier theoretisch überall. Das müsste hier, müsste das eigentlich auch gehen. Schau mal. Schauen wir mal, Leute. Ja, Mann, es geht. Oh mein Gott, natürlich, Digga. Es geht hier überall einfach. Aber es ist wirklich geil. Man kann damit wirklich einiges machen, ne? Also, ja, schade. Hier waren leider keine Gegner, Leute. Aber ihr habt gesehen, da überall, wo diese Fenster sind, könnt ihr einfach ganz entspannt durchsneaken. Macht auf jeden Fall echt Sinn. Gut, ich würde sagen, lass uns mal hier ein paar Kristalle fressen, Alter. Ein bisschen Crystal nehmen, du weißt. Äh, wie, wie. Das kannst du nicht sagen. Ach, sorry. Lama vor uns investen. Das holen wir uns ja direkt mal, Bruder. Okay, nimm du den großen Schild, die Brudi. Ui. Natürlich, Tobi, der. So, dann gehen wir mal nach Tildet rein. Gucken wir mal, wo die ganzen Magge herumhängt, Tobias, oder? Die ganzen Mogge, ne? Die ganzen... Hast du die gerade verbaut, oder? Ne, hast du nicht, oder? Das leiden wir raus. Ne, ich hab's schon drauf auch, tatsächlich. Thomas hat's auch schon rausgeschrieben. Ne, ne, hat er tatsächlich... Ich glaube, auf Main-Building vielleicht. Wenn dann. Ja, da ist einer. Nach zu nach. Ich schieße die Pappe unter. Er hat noch einen Hit von mir bekommen, mit der Sniper. Ja, ja. Der hat eine Falle gesetzt. Dein Mail ist hier links. Wir gehen hier hoch, komm. Oh Gott, die haben... Irgendwer ist da oben gewesen, hat irgendwen getötet, Tobi. Oh, hier geht auf jeden Fall ein gutes Battle ab, Alter. Hab einen? Okay, die sind alle tot, glaube ich. Oh, lol. War's das? Ne, uns teppt noch jemand. Scar, hier bei dir. Wo? Nimm sie dir. Okay, unten drin ist noch jemand. Oh, ist er mit? Nein, ich bin noch. Nein. Oh, Alter. Oh, ich bin so stolz. Tobi. Ich darf erst mal ein bisschen von meiner Pizza. Eine goldene Scar für mich, Alter. Doch, bitte. Du hast aber Glück gehabt, ne? Vorbei gewesen. Ich hatte wirklich Glück, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch hole, Digga. Wirklich nicht. Denn man kann in diesem... Ja, wo denn? Parkhaus. Ich habe noch eine Pizza im Wohnen. Tut mir ganz leid. Ist der da drin, oder was? Ne, hier jetzt. Beim Basketball. Warte jetzt. Warte. Die sind drin. Irgendwo. Da, da, da. Warte, warte, warte. Dann baust du rüber, baust du rüber? Ja, wir machen wir. Bau runter, bau runter, bau runter. Oh, nein, Digga. Du hast mir beide wieder gestealt. Hä, nein. Ich habe nicht mehr darauf geschossen, auf den einen. Junge, den anderen hast du mir wieder beim Last Head weggenommen, Tobi. War wieder unnötig. Ich wollte auf einen anderen schießen. War wieder unnötig, Alter. Ich wollte auf einen anderen schießen. Digga, wenn ich noch drin bin, lass mich doch einfach mal. Du bist genockt worden. Direkt gegenüber, direkt gegenüber. Ich gehe wieder, ich gehe wieder. Ich hau wieder rein. Digga, hast du ihn? War er direkt down? Ja. Oh, Digga. Ich musste erst mal bauen und mich hochhellen, Digga. Junge, der ist... Stepp, ist da noch jemand? Okay, wo ist er? Der jumped runter. Hier ist er gestorben. Sagt mir, im Wetter, der Typ hat wenigstens irgendwas zum Healen gehabt oder so. Oder Schildis. Der Typ jumped runter. Und ich habe ihm in der Luft einfach einen Hater gegeben. So, Gott, 200 Schaden tot. Warum nicht, Digga? Warum auch nicht, ne? Da unten ist Spieler. Links unten. Oh. Ist der runtergefallen? Weiß ich nicht. Nee, der ist nicht mehr oben. Hey, wo ist der? Versteckt der sich? Oder ist der gestorben? Nee, der kann... Sonst wäre sein Loot hier. Da von vorne, von vorne! Keine Ahnung, der ist auf jeden Fall gut gedamaged hier. Komm, komm, wir pushen einfach den jetzt erstmal. Er hat richtig gelitten, Alter. Sei mad, sei mad, sei mad, sei mad, sei mad, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Sein anderer, sein anderer mad ist urlow, 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 urlow. Beide hier links, hier links. Gut, Leute, Runde Nummer 3. Wir gehen jetzt einfach Palettenparadies, Alter, runter und holen das Ding. Ihr habt den Trick ja soweit gesehen, es funktioniert auf jeden Fall alles. Ich lande oben drauf, hole mir die Shotgun. Ich nehme mir die Kiste hier. War keine Shotgun. Zone ist auf unserer Seite, Digga. Nice. Oh, da vorne ist ein Gegner. Einer Klaus, die ich vor dir glaube ich. Ja, hinter dieser Hälfte. Gleich links, links. Digga, ich bin knocked. Junge, ich bau einfach nicht mehr, Tobi. Was ist mit mir? Ja, bauen hättest du schon so, ja. Okay, da vorne sind Treppen gebaut, Digga, beim Bus. Äh, 330. Bau mich jetzt hier rüber, Tobi. Nee, da. Ich bau eine Zugbrücke. Hoffentlich schießt mich jetzt einer ab, Alter. Das ist kompletter Waste, Alter. Keine Gegner hier einfach. Ich raffe es nicht. Wo hängen die denn alle? Alter, ich bau mich rüber. Jetzt von wo? Da hinten. Komm, wir gehen erstmal rüber. 75, die schießen da in der Teppel gleich runter. Nee, könnt ihr gar nicht, weil ich bin schon drüben. Der Sniper, der eine Typ. Muss ich mal aufpassen. Ich habe aber keine Sniper, Digga. Ihr lasst uns hier außen rumgehen, Digga. Das macht keinen Sinn, die zu facen. Die sind ein großer Schilddrang. Die sehen dich, ne? Die schießen da wund. Können wir gar nicht. Doch. Ich will einen knocken. Ja, wie denn? Mit meinem Gewehr. Ja, ich weiß. Das ist voll die Wunschvorstellung, aber. Und rechts, schieß einfach deinen Maidler und so. Oder gehen näher an. Oh ja. Ich habe einen genockt, genau. Schau mal so. Ich habe auch einen genockt. Sehr gut. So. Und da kommt dein Maid auch schon. Direkt vor uns hier. Der baut eine Tätsel vor dir. Hä? Nice. Nice. Selber. Okay. Aber, ähm. Loot drop vor uns. Der wird gerade eingebaut. Äh, Richtung 60. Dann gehen wir da rüber, Alter. Und ich spamm mit dem Granatenlauncher rein. Und dann machen wir einfach alles tot. Fertig. Ende. Tobi, der loot drop wurde aufgebaut. Aber, uh, links ist gar nicht viel loot. Die sind vor uns. Ich habe einen genockt. Oh mein Gott. Ah, Rocket launcht. Ich habe den anderen. Das ist mir so angst. Digga, ich habe so gemissklickt gerade. Das war, das war. War das. Hier liegt eine Menge Holz für dich. Komm mal her. Hast du noch Raketenmunition? Ähm. What? Ja, habe ich hier hingelegt. Was will er denn? Haben wir ihn noch? Ja, ist rot. Alter, also heute bin ich am nächsten. Das. Ja, wir gehen hin und looten. Hast du die Rockets? Na, ich komme mir nicht rum. Da mein Kopf ist so hoch, Tobiad. Wir werden von links beschossen. Mann, da muckt schon wieder einer. Ne, du tötest dich fast selber. Ich hätte auch einfach ein ganzes Mal mit der Schrotflinte angreifen können. Oh, ich sehe den letzten. Ja, warte, warte. Ne, ne, ne. Da haben wir gerade keine Zeit für. Ich muss mich jetzt erstmal wieder hochheilen hier. Ich habe die gesehen, ne? Die haben Tryhards. Echt jetzt? Ja, ja. Da, vor uns, vor uns, vor uns. Direkt SW, SW. Ich sehe ihn. Ich habe einen lockt. Tschüss. Okay. Diese Granaten, aber das gefällt mir gar nicht, Digga. Achtung. Oh. Na ja, Leute. Mensch. Macht mal nichts. Geiler Sieg auf jeden Fall. 6 und 5 Kills. Lasst den Daumen nach oben da. Schaut bei Tobi vorbei. Danke für dieses wunderschöne Video. Tobi, du hast auf jeden Fall die 100.000 Abos verdient. Also, sub den Jungen zu Tode, Leute. Und das war es von diesem Video. Lasst den Daumen nach oben da. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr beim Livestream. Oder morgen um 12 Uhr 30 bei einem weiteren Fortnite-Video. Macht's gut. Ich küsse eure Augen. Auf Wiedersehen. Tschau, tschau. Tschau. Tschau, tschau.